Outlaws of Thunder Junction Collector Display Opening. Auf geht's! So Leute, da sind wir beim nächsten Display Opening Collector Display Outlaws of Thunder Junction. Gesponsert vom lieben LipLab1 aka Fabi. Alle Karten, die hier so aufgemacht werden, kommen zu ihm auf den Card Market oder in seine Sammlung. Und wenn ihr irgendwas davon haben wollt, guckt mal bei ihm vorbei. Vielleicht hat er noch was drin, was ihr haben wollt und könnt es da kaufen. Und unterstützt damit mich und indirekt ja, also ihn und indirekt mich. Und ja, wenn ihr da irgendwas habt, könnt ihr den gerne mal anschreiben und auch Instagram und sonst was unten in der Videobeschreibung anschauen. Dort macht er immer wieder ganz, ganz große Gewinnspiele, die ganz cool sind und auch zeigt, was er so verkauft und so weiter. Dementsprechend gucken wir mal rein in Thunder Junction Collector Display. Wir haben ein paar weniger Booster. Dementsprechend gehe ich ein bisschen genauer auf die ganzen Karten ein und ja, beiseite mit dir. Das sind... Sind das japanische? Die sind made in Japan. Dementsprechend haben die hier diese lustige Öffne-Kante, die ich nicht öffnen kann. Jetzt natürlich die Frage, wie rum sind die gepackt? Wie rum seid ihr gepackt? Void Slime, Abrupt Decay, Rumbleweed, Duelist of the Mind, Kill on the Kid. Dann kommen die Non-Sachen, dann kommen die Länder, dann kommen die Kants und dann Kants. Okay, hab's verstanden. Heißt, wir haben am Anfang ein paar richtig coole Karten drin. Und ich muss gerade gucken, ob ich die virtuelle Kamera gestartet habe. Das wäre traurig. Das wäre wirklich, wirklich traurig. So, wir haben Agmage Charmant Foil, Void Render, Cactus Preverse, Magda, die ist sehr cool. Simulacrum Synthesizer UI, gar nicht mehr so schlecht. Terminal Agony, Murder, Mountain und ein paar Kants. Und dann kam's. Ja, Heavy Hitter in dem Set sind ein paar drin. Aber gerade in den Collector Boostern kann halt richtig ein Heavy Hitter drin sein. Also wirklich krass Money. Magda, das ist übrigens keine krasse Money. Das ist im Endeffekt die Bio-Box-Promo. Dann haben wir Crime and Punishment in Non-Foil. Back in Town. Den Archiv, der ist richtig krass. Der ist so krass, dass der einfach mal eine Karte oben drauf legt. Spire Bluff-Kanal in Foil. Pack for More in Foil in Non-Foil. Foil Land. Und hier ein bisschen Stuff. Denn hier können halt diese ultra-seltenen normalen Textured Foils drin sein. Bisher hatte ich ja noch nie so einen richtig krassen Hit bei mir drauf. Primal Might, auch ganz cool. Aber das wäre, würde ich gönnen. Der hat mir übrigens so ein halbes Pre-Release gewonnen beim Kelsor Store. Das war sehr gut, dass ich den gezogen habe. Pawns of the Possum. Da nicht so viel. Ja, Collector Booster sind nicht mehr so spannend wie früher. Finde ich. Findet ihr das nicht auch? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, weil es interessiert mich. Weil ich finde, Collector Booster sind immer unspannender geworden mit der Zeit. Wir machen halt jetzt so Full Art hier so eine echt coole Karte auf. Grand Abolisher. Sehr cooles Artwork. Und so weiter und so fort. Aber es ist halt so... Grindstone. Megakarte. Kostet auch ein paar Euro. Vichan Goldwaker. Den als Ding wird übrigens ganz cool werden. Der als Assassinen-Unterstützung. Der ist sehr dunkel. Also es ist nicht die Kamera, die es so dunkel macht. Sondern der ist einfach sehr dunkel. In voll. Carvek, The Punisher. In dem Artwork. Pay to Hell. Clearshot. Journey to Nowhere. Und Stuff. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal den Roadrunner. Gucken wir, ob wir den Coyote auch noch in Voll 10. Wenn wir den Foil noch ziehen, dann haben wir den Roadrunner und den Coyote in Voll. Und ich glaube, die würde ich mir sogar vom lieben Lip Lab kaufen. So. Booster aufmachen ist auch nicht mehr so einfach. Ist immer schwieriger geworden im Alter. Passiert das? Smuggler Surprise. Electro Dominance. We Ride at Dawn. Great Heist. Oh, Bruce Tahl. Sehr cool. Das Denial. Und dann haben wir noch Camzen-Ancams. Bei den Camzen-Ancams sucht man ja nur noch den Boots. Was anderes ist ja nicht so relevant. Es sind ja wirklich nur Boots, die irgendwie was wert sind. Leider. Weil es gibt ganz viele großartige Camzen-Ancams hier drin. White Slime. Aber irgendwie sind die leider nicht so krass. Der Extruder ist echt nicht schlecht. Der ist gar nicht mal so schlecht. Ride Down. Auch eine sehr gute Karte. Habe ich zeitweise echt viel gespielt. Und keine Boots. Warum sind die Boots denn so selten? Selten ist es ein bisschen traurig. Ah ja. Und eine Lost Jitte in Nicht-Borderless-Foil hätte ich noch gerne. Ich dachte gerade, der wäre wegen dem Ding hier oben. Ich dachte gerade, der wäre textured. Der ist aber nicht textured. Trotzdem kein schlechter Hit. Wanted Raktors The Muscle. Ein Foil. Der ist auch cool mit Storm. Da haben wir nochmal einen Raktors The Muscle. Dann haben wir einen Apok. Also es sind hier echt eine Menge Dämonen drin in diesem Pack. Bird in Garden. Ich wollte gerade sagen, haben wir schon wieder ein Doppelpack mit den Dings. Huh, das hat mir gerade so einen halben Schock gegeben. Huh. Hui. Ja, das wäre krass gewesen. So was mal on-camera zu öffnen. Aber bisher, ja. Cool Ultimatum. Krass. Olivia. Oh, die sieht wunderschön aus. Das ist die Kommandeurin. Molten Duplicate. Carvac The Punisher. Smash Flink. Den hätte ich gerne in Folge gehabt. Mein Gott, warum ist der hier nicht in Foil? Und wir haben noch, also die Text steht ja sowieso nicht. Aber halt so die Möglichkeit, noch andere Sachen hier drin zu ziehen. So, wie gesagt, die Jitte. Jitte wäre nice. Komm schon. Jitte. Mindslaver in Foil. Das ist gar nicht mal so schlecht. Soren Inside. Bounty Board. Das ist auch sehr, sehr cool, das Bounty Board. Dann haben wir nochmal eine Wanted. Humilate. Clearshot. Bei Humilate denke ich immer, das ist Humility. Aber es ist nicht Humility. Humility wird schon lange nicht mehr gereprintet. Gott, schwierig. Es ist, wie gesagt, Collector Booster sind für mich immer eine kleine Schwierigkeit, die aufzumachen vor Kamera. Weil ich habe das Gefühl, ich verbrenne hier Geld. Ich muss gerade mal drüber. Malcolm The Eye. Sagt mir gar nichts. Sandspare The Investigator. Kenne ich gar nicht. Kenne ich nicht mal. Mindbreak Trap. 30 Euro gezogen. Nice. Endlich mal irgendwie ein Hit, den ich auch erkenne. Dann haben wir Old Tech. Uh, in dem Vault Artwork. Ui. Das ist die, ich glaube die bei der Box Promo. Der ist richtig cool. Der ist wirklich, wirklich gut. In dem Vault. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Caustic Broncon. Das ist dein Snake Horse Mountain. Tornado. Und dann Stuff. Und dann kommen wir jetzt schon zum Letzten tatsächlich. Das ging schnell. Das ist ein sehr kurzes Video. Äh. Collector Displays. Yay. Ähm. Oh. For Me World. Das ist ein Land. Was man abwirft. Die obersten X-Karten anschaut. Wobei es die Anzahl an anderen Fakten ist, die man kontrolliert. Und dann kann man die einen davon auf die Hand nehmen. Und den Rest unter Stack. In Foil. Hübsch. Pest Invaders. Thieving. Der Rattleworm. Der ist auch nicht schlecht. Noch eine von den 3-1-1-1-3-3-Golems. Okay. Fling in Foil. Oh mein Gott. Ich habe Fling in Foil gezogen. Yes. Yes. Nice. Dankeschön. Oh mein Gott. Das ist alles, was ich wollte aus diesem ganzen Ding. Mega. Ähm. Ja. Mein bester Freund wird sich freuen. Ja. Das war das Collector-Display. Meine Gedanken zu Thunder Junction und dem Collector-Display. Ich finde es dieses Mal extrem krass, wie so ein Ding halt Hit or Miss ist. Ich meine, es wird so ein bisschen Geld reingespült haben. Auch mit solchen Karten. Und eine Menge Rears. Eine Menge Mythics. Aber ganz im Ernst. Es fühlt sich an, als würden wir hier ein absolutes Gamble spielen. Und wenn sogar Karten wie Mana Drain so günstig geworden sind. Oder auch hier die Mindbreak Traps so günstig geworden sind. Weiß ich nicht, wie geil ich das wirklich finde. Ähm. Also. Für die Leute, die hier Collector-Displays aufmachen. Ich muss es immer wieder dabei sagen. Weil das hier macht ja nicht ein random Spieler auf. Das ist übrigens ein Reanimate. Das habe ich vollends nicht entdeckt. Das kostet auch Geld. Das hat ein geiles Artwork. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe bestimmt einige Karten hierbei vergessen. Übersehen und sonst was. Gerade wegen dem Durchschaffeln. Weil ich vieles davon nicht mal lesen kann. Also Pest in West. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Karte ist. Buried in a Gar nicht. Ich weiß nicht mehr, ob die Karte vorher schon existiert hat. Und das gibt es halt bei vielen Sachen, wo ich halt sagen muss. Da bin ich halt irgendwie ein bisschen raus. Tornado. Vorne. Tornado. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Dass ich hier auch nichts mehr erkenne. Das ist halt leider so. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren. Mutter zeigen. Schwester zeigen. Bruder zeigen. Dem Sohn zeigen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt. Ich habe Patreon. Mit meinen Patrons kann ich viele coole Sachen machen. Wie zum Beispiel kleine Reisen, Vlogs und ähnliches. Das kann ich nur dank meinen Patrons machen. Und dementsprechend vielen, vielen Dank an meine Patrons. Wenn ihr mich auch vielleicht unterstützen wollt oder könnt. Oder daran überlegt. Schaut doch mal nach. Vielleicht ist irgendeins der Tears was für euch. Es geht von drei Euro aufwärts. Und naja. Drei Euro ist nicht die Welt. Aber ich kann verstehen, wenn man es nicht sich leisten kann oder möchte. Dementsprechend. Daumen nach oben. Liken. Teilen. Abonnieren. Und so weiter und so fort. Damit helft ihr mir auch. Dementsprechend. Ja. Vielen Dank dafür. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexet. Ciao, ciao. Ciao, ciao.